ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu komat in conquer der tiberium konflikte remastered edition auf seiten der not ganz genau und wir spielen gerade das addon der ausnahmezustand und da gibt es glaube ich noch ein addon hier konsolen mission das sind aber nicht viele das sind nur vier missionen pro seite gute leute würde ich sagen machen wir direkt mal weiter mit der mission not 21 verrat alles klar kommt eigentlich ist eine cutscene dann oder wie ist das hier das ist eine cutscene okay ui coole cutscene auch nö das ist eine sneaky mission okay ich lese einfach mal vor was wir machen sollen djdi hat eine unserer basen angegriffen und von der außenwelt abgeschnitten finden sie einen weg in die basis einer unserer agenten wird ein signal vor der entzünden wenn es so weit ist sobald sie drin sind müssen sie die basis wieder aufbauen und die örtlichen ddi drucken vernichten oh ach du scheiße es geht direkt los hier da unten ist auf jeden fall nichts ach du scheiße meine güte wir haben hier zwei kommandos und einen invasor überall hat der gegner granadierer meine güte nette blech haufen das sind echt nette blech haufen hier ab weil ich das spiel doch da ist auch dead end okay bei den türmen müssen uns fernhalten tatsächlich das könnte schwierig werden ach du scheiße was haben wir denn da da ist eine radar zentrale müssen wir die einnehmen ich denke mal die müssen wir einnehmen oder moment mal so ich speichere das ding erstmal weil es kann sein dass wir das echt einnehmen müssen abwärtskumpel genau so da geht es weiter mit der bucke so bam bam und bam und bam und bam so da kommt ein Hufschrauber was ist jetzt mit dem Hufschrauber ich kann den nicht mehr einnehmen ne ach einer ist weg okay scheiße einer ist weg was ist das für eine kiste da oben leute was ist das für eine kiste da ist noch eine radar zentrale das geld drin hätte ich das vielleicht vielleicht den Hufschrauber einnehmen müssen das wäre es ja da sind nämlich noch mehr radar zentralen mach doch mal so genau mach die mal weg hier ach du was zur hölle jetzt machen die gtis wieder dörfer hier platt hier was zur hölle was zur hölle okay so dann du kannst aber auch platt machen genau da ist kohle drin leute aber ach du scheiße was machen die ganzen Hufschrauber hier was zur hölle was zur hölle ja toll ich glaube ich habe es verkackt oder ach verdammt interessante mission ja eigentlich schon ich hatte ich gedacht dass ich diese radar zentralen einnehmen muss aber das ist ja wohl dann anscheinend doch nicht so dann hier zack und zack und dann muss ich jetzt vielleicht einen Hufschrauber einnehmen das kann auch sein leute dass ich da so einen Hufschrauber einnehmen muss Aua wieder einer weg netter Blechhaufen ja das sind echt nette Blechhaufen hier und den hier auch weg machen BAM so was muss ich denn hier machen überall Radar zentralen ich habe keine Ahnung wo es lang geht hier so ja das denke ich mir auch ach schaut mal hier ah ok Joe das ist die Basis ich habe das so das Gefühl dass ich mit dem Hufschrauber hier unten rein muss so wartet mal ich speichere ich speichere das noch mal nicht es kann sein ja es kann sein ja wir können Hubschrauber bauen die Not Hubschrauber oh mein Gott oh mein Gott die Not Hubschrauber und ein Bauhof geil und ein Bauhof Leute oh mein Gott aber ich muss mich glaube ich erst mit dem Hubschrauber hier äh durchkämpfen ne so genau Leute ja wobei der der repariert sich ja dann ne da seht ihr mal die Not Hubschrauber endlich mal liebe Leute ähm was soll ich wie soll ich hier rauskommen Abwärtskumpel ähm hier ist auch kein Tiberium oder so ne das ist alles ein bisschen merkwürdig aber gut dann bauen wir eine Mannekenfabrik so äh dann kommt die hier hin ich könnte mich mit Türmen frei ballern ja das könnte ich machen aber die Frage ist macht das Sinn ist das keine Geldverschwendung äh keine Ahnung ich mach das einfach mal so dann ballert einfach mal auf den Ton da so zusammen mit dem Hubschrauber ich liebe nämlich auch diese diese Hubschrauber das sind nämlich so wie die Hint Hubschrauber ähm aus dem Alarmstufe Rot genau die schießen nämlich auch mit dem Maschinengewehr die Not Hubschrauber und in der normalen Kampagne konnten wir da mit dem Kochen war nichts bauen und Moment mal was ist jetzt hier mit der Maus los wartet mal können wir die nämlich nicht bauen hallo was mit der Maus wartet mal Leute ähm ich mach mal ganz kurz einen Schnitt na toll jetzt genau wo ich einen Schnitt gemacht hab äh funktioniert die Maus wieder super aber gut ähm was will er jetzt mit dem Manneken hier jawohl gut dann äh Helitrans äh mach doch mal die Einheiten da platt bitte die Grenadiere so genau so hey das passt sogar wie geil so dann mach hier du machst bitte diesen Turm weg sehr gut weiter geht's hier so gehen wir Leute dann weiß ich halt nicht ob es hier Tiberium gibt äh ähm ähm keine Ahnung ich muss einfach die Eieinheiten platt machen äh bauen wir eine Raffinerie hier gibt es Tiberium okay hier gibt es Tiberium alles klar was zur wer ballert da schon wieder so ach du was was zur ach du scheiße oh nein bitte nicht Leute oh nein was will jetzt der Mammut hier brauche schnell einen Turm was zu der Turm ist direkt weg oh ne Leute was macht er jetzt seit wann haben die so viel ähm ähm zwei Mammuts jetzt kommt er aber ordentlich an okay scheiße da ist er aber ordentlich angekommen äh wie soll ich denn das jetzt machen wenn er da ordentlich wenn er da angeschissen kommt wartet mal ähm ähm so alles eine Frage der Spezialisierung ja so ähm der Invasor muss ich da also ich glaube wir waren da schon richtig ähm aber bam 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 so netter Blechhaufen nö gut da kommt ein nächster Hubschrauber ah da kommen die nächsten Manneken schon dabei bam 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 boah da muss man aber echt reagieren können hier so und bam was zur warum kommt jetzt hier kein Trigger schon dabei aua scheiß Granadier schon dabei ja da stehen die Türme noch ja ja da stehen die Türme noch ähm gute Frage Leute da müssen noch ein no mercy genau mercy is for the weak bam so so das war nämlich Kane I see the future genau und wartet mal ich brauch doch mehr Verteidigungszeit hier ich kann nämlich auch keine äh keine Verteidigungsturm bauen mercy is for the weak ja genau so dann mach die lass die mal hier raus gut ähm dann die Sachen reparieren und direkt eine Hand von Not bauen so dann dann danach neue Option was zur okay dann direkt danach wohl einiges an Türmen bauen um mich hier nochmal zu äh verteidigen ja no mercy ja genau so mercy is for the weak so weitere Türme bitte ich muss mich hier verteidigen können so das muss doch jetzt irgendwie funktionieren noch ein Turm nein 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 stopp ich muss ja Raffinerie bauen wartet mal ich muss ja eine Raffinerie bauen hier so so in the name of Cain genau dann hier und dann hilfst du mal bitte so genau gut dann hab ich jetzt nämlich einen Sammler der kann erstmal stehen bleiben ähm so und ihr macht bitte diesen anderen Turm hier unten platt so dann muss ich mich nämlich echt hier einmauern ne wie das aussieht ähm ja anscheinend okay weil er kommt dann nämlich gleich ordentlich echt angeschissen hier ja so aber das sollte doch erstmal klappen soweit hä ja genau so Leute Sammler sammel bitte sammel bitte vernünftig die Kohle ein ey ja der ballert sich hier unten durch jetzt jetzt kommt er mit seinen scheiß Mammuts 600 kosten die das ist schon übel weiteren Turm bauen bitte wenn ich denn darf was ist jetzt mit dem Mammutpanzer da kommt er nämlich seht ihr das da kommt nämlich der blöde Mammut so Leute gegen die Türme hat er keine Chance ach jetzt macht er wieder seine scheiß jetzt macht er wieder seine scheiß Ionenschläge ja das verliere ich wieder das verliere ich wieder so ähm das verliere ich wieder wenn er seine scheiß Ionenschläge die ganze Zeit macht ja toll äh keine Ahnung jetzt kommt damit noch mehr Einheiten an ach du scheiße ja das war's schon wieder ne was soll ich hier machen Leute was soll ich hier machen was soll ich hier machen hä 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 was ist das für eine scheiß Mission ey es war wirklich wenn der Gegner da jetzt wartet mal finden sie einen Weg in die Basis einer unserer gehen wir die Basis wieder aufbauen ja aber wie soll ich denn das machen ähm bin ich gerade echt überfragt muss ich sagen bin ich gerade echt überfragt so ähm vielleicht hier oben irgendwie was noch mitnehmen irgendwie eine Kohle oder so nein ist auch Dead End ach Leute das ist doch das ist doch echt für den Arsch diese Mission irgendwie muss ich das anders machen hier äh 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 wenn er da mit diesen ganzen Mammuts und mit dem Ionschlag kommt das bricht mir immer das Genick ey netter Blechhaufen ja ähm schon dabei schon dabei schon dabei gibt es hier nicht noch irgendwas was ich mir hier nehmen kann hier oben oder so was gibt es denn hier oben noch Leute nein Dead End Dead End Dead End Dead End oh Gott oh Gott okay Hubschrauber komm schnell hier hin was ist das scheiße ey so dann geht ihr da rein pff okay ne also das ist tatsächlich hier überall Dead End ich soll das echt hier so machen das kann doch nicht euer Ernst sein wartet mal ich brauche doch da noch Geld was für ein Scheiß ich brauche doch da noch Geld um mich da einzumauern was soll denn das hier da stehen die Türme da muss ich mich durchfressen äh so ähm was machen sie hier unten nämlich ah Jeeps okay so dann da ist noch Geld drin ne in der Kirche was zur da kommen noch welche raus ja so und bam so ähm da ist noch Geld drin ja so und bam ja okay aber hm hm ähm kein Problem nein mach doch hier geschenktes Hauses ja so ich habe jetzt 7000 Credits eigentlich ne wartet mal wenn ich die Kirche platt mach ach du ja was war das schon wieder für ein Bug da gerade ey man 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 Leute ey was ist das für eine scheiß Mission jetzt mal ehrlich aber jedenfalls gibt es hier unten noch Kohle für uns so bam bam genau ähm wartet mal der sieht nicht so viel okay bam bam so bam bam so du holst dir bitte die Kohle und den Hilfschrauber schon dabei kein Problem ah wartet mal so dann muss es doch jetzt hier weiter gehen ach du ach man ey Leute das kann nicht wahr sein wo kommen die denn her so man man ey jetzt geht mir mein Handy auch noch auf die Nerven so Leute jetzt machen wir das ganze nochmal so bam 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 so so da oben sind noch Grenadiere irgendwo da ist noch ein Raketentyp da so und dann hier da haben die Eiskalt eben meinen Hubschrauber platt gemacht ich glaub's nicht bam so bam komm nur her ja das ist richtig komm nur her ihr Penner so gut dann geht's mal weiter hier unten die fangen nämlich hier an das Dorf platt zu machen ey und ich kann wieder nicht mehr so gut da fährt der Jeep her okay da oben kommen die drei Grenadiere die mich eben platt gemacht haben hier so bam 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 so alles klar da kommt hier die Kohle genau so was zur so gut die machen da unten alles platt jetzt ähm ja ähm kommt noch ein Hubschrauber ähm ja lustig lustige Mission hier so witzige Mission aber wir haben jetzt 7000 Kregels was zu warum kommt jetzt ein Panzer scheiße einer ist schon mal weg ey man 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 gut aber ich glaube das ist so der Anfang Mission 2 not add on hm hallo so bum 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 so gut ähm jawohl sag er auch wer ist schon dabei kein Problem da sind aber noch überall die Türme oder oder würden die gerade alter was macht der Panzer da unten was macht der da was macht der da so ja ok jetzt bin ich wieder mit Hubschrauber hier aber ich komme doch nicht hier raus ähm ich komme doch nicht hier raus wenn ich nicht diese Türme platt mache was soll denn das so so ich habe hier die neuen Bauoption so ich repariere ein Bau auf den ich noch gar nicht sehe ok ähm da muss ich hier oben wohl zuerst das platt machen wartet mal ich speichere das mal kann ja wohl nicht sein so ähm Hand von Not genau Hand von Not war das ähm ja kein Problem wenn er nämlich angeschissen kommt hier dann kommt er ja auch mit seinen scheiß Ionen schlägen an na das ist ja auch das Problem ey schon dabei so was kann ich denn ein Manneken bauen Flamme der Läuterung so dann machst du mal bitte das da platt und dann maue ich mich jetzt hier komplett mit Türmen ein ey das kann ja wohl nicht wahr sein so ich maue mich komplett hier ein ey so so dann einfach weiter einmauern so dann du und du und der Panzer kommt ok ha das ist gutes Teamwork und weiter geht's so meine Güte mach den Scheiß weg so ihr auch da muss ich nämlich mit dem Sammler mit dem Sammler da oben hin ja so da hat er seinen Ionen schlag schon ausgeführt ok schon ausgeführt ja einen hat er schon ausgeführt ok gut Leute hab ich hier und dann würde ich sagen baue ich mal einen Sammler es das scheint jetzt so zu klappen das scheint jetzt so zu klappen ne wartet mal da sind nämlich die Mammuts jetzt dann baue ich mir jetzt einfach schnell den neuen Verteidigungsturm die muss ich nämlich in Ruhe lassen glaube ich ha so sieht das nämlich hier aus so ach ich hab nämlich leider keinen Laserturm zur Verfügung leider nicht Leute ja da kommen die Einheiten da kommen die Scheiß Einheiten Einheiten ich verstehe schon ok gut der Mammut kommt der erste Mammut kommt so ähm dann warte hier Sammler ich habe noch vier Raketentürme vier Verteidigungstürme ach du Scheiße gut egal aber das muss doch jetzt reichen das muss doch jetzt reichen man so bam bam äh dieser Raketenturm äh Panzer der kann über Mauern schießen das ist kacke so oh mein Gott ich hab's überstanden ah ich hab's überstanden wie geil wir haben also noch noch Fortschritt in dieser Folge oh mein Gott ja wie geil ok sehr schön ja wie geil Leute ok wie geil ähm wir haben Fortschritt das ist doch schon mal Miekasch mega geil so ok äh speichern speichern Leute so das war schon mal der erste Angriff hier ne vier Raketentürme ich hab echt leider keinen Laserturm ich brauch dringend einen zweiten Sammler ganz dringend wartet mal so bauen wir eine zweite Raffinerie so zweite Anlaufstelle ist immer gut für schnelle Geldproduktion puh dann haben wir das ja geschafft hier geil Leute haben wir das geschafft so dann machen wir diese Radarzentrale Marsch Hubschrauber so da seht ihr auch mal wie viele Schaden das Ding macht die Konten waren die Konten waren nämlich was ich eben versucht hatte zu sagen die Konten waren da kommt er schon wieder was zu versorgen ja toll äh muss ich mir zurückholen scheiße muss ich mir zurückholen oh mein Gott kommt die denn auf einmal her ey das kann ich mir wiederholen so das kann ich mir wiederholen so das ist wieder mein Gebäude hier so meine Güte so so dann habe ich jetzt den zweiten Sammler ach Leute so dann schieß du bitte auf diesen scheiß Raketen Panzer wow so Leute jetzt geht es mal anders weiter hier gut ähm Großkraftwerk sehr schön Leute sehr sehr schön ist noch da sind noch Invasoren ne das war ja dreist eben das war dreist eben mit dem Invasor so aber nicht schlimm da kann ich jetzt ein Radar bauen noch ein Raketending oh jetzt sind alle Mauern weg ja toll die machen ordentlich Schaden gegen Gebäude wie ihr seht so aber die halten auch nichts aus die Dinger also von daher ähm yo so Radarzentrale bauen zack und dann sehen wir jetzt auch was Sache ist hier wunderbar da muss ich mich eigentlich auch schon hier unten durchkämpfen durchfressen ach von diesem Invasor da platt der macht mich nervös so da sind noch mehr Manneken jawohl schaut mal da da sind noch Manneken ach 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 da ist er doch da ist er doch ich hab erst das Radar bauen müssen oh man ja ok dann easy Reparatur läuft die die Türme die lasse ich hier trotzdem nochmal stehen nur so zur Sicherheit ähm ja ja wobei zwei kann ich eigentlich verticken ne wenn das nicht ausreicht aber ich glaube das reicht aus ja das reicht aus sehr schön da hat der Penner wieder bam so bam so bam weiter geht's jetzt schön durchfressen so weiteres Großkraftwerk so Leute dann geht's mal weiter und bam und tschüss so sehr gut dann können wir uns ja endlich ausbreiten zumindest ein bisschen was der Platz hier der ist ja nicht gerade nicht gerade großzügig ne ach du Scheiße da kommt er jetzt schon wieder an aber das sollte doch jetzt rausreichen der wird jetzt nämlich hier unten reinkommen ne Sammler bring schneller die Kohle rein oh Gott ok und bam und bam boah zum Glück hab ich diesen Raketenturm diesen Verteidigungsturm ey puf das hat ausgereicht oh mein Gott wie geil gut Leute ähm wir haben einiges zu tun hier merke ich ähm aber das passt doch soweit so da kommt jetzt dieser Mammutpanzer ja gut egal äh der Mammut der kann weg der geht dem Arsch sehr schön so bam und bam so wunderbar so dann wird direkt noch einer gebaut 150 ja wenn ich die Türme verkaufe dann passt das mit der Energie ey das ist aber jetzt scheiße das ist aber jetzt scheiße was ihr da macht ihr Feiglinge ihr Feiglinge wow und den wegmachen so das ist ganz wichtig puh holy moly was für eine Mission schon ordentlich aber wir haben es nochmal hingekriegt wir haben das Ding nochmal hingekriegt hier und die können wir nach da oben laufen einfach oder ne wartet mal stopp versuch mal da unten ein bisschen Schaden zu machen so liebe Leute dann 150 brauche ich ah 150 ist schon übel so aber das passt doch so wunderbar da stehen hier und zwei Stück schießt ihr bitte auf diesen Grenadier da verdammt gut dann bräuchte ich eigentlich noch Platz hier ne ich bräuchte eigentlich viel mehr Platz äh ja muss ich gucken wie wir das jetzt hier angehen können so die Energie die kann da hin der Tempel der braucht nämlich auch 150 meine Frösse ist schon ordentlich ja ist schon ordentlich so mach mal diesen Radar da platt so und dann hier bam und bam so sehr schön ja okay gut Leute ähm danach werde ich nämlich ne Waffenfabrik bauen und mich dann auf meinen Angriff vorbereiten so sieht's aus so dann Flugfeld Fragätenpanzer so zwei Türme oben zwei Türme hier unten da passt oh je oh je und bam so direkt weg damit so Leute so die 25 Minuten sind eigentlich schon voll aber ich würde sagen da wir hier so Probleme hatten am Anfang äh jo werde ich äh noch ein bisschen was aufnehmen hier in dieser Folge bis 30 Minuten dann so Leute ähm nicht durchs Tiberium rennen ach du Heilige da oben ist schon wieder was hier ist eigentlich komplett überall dead end ne so wartet mal dann mache ich die Waffenfabrik mal hier oben hin neue Bauchzone was kostet die Wehrstadt an Energie 30 da kriege ich noch hin geil kriege ich sogar noch hin hier so können wir jetzt mal die Männchen hier wegkriegen nö nö kein Bock nehm ich halt den Hubschrauber dazu was man hat hat man das ist die einzige Mission glaube ich wo man einen Not-Hubschrauber kriegt hier mach die mal weg und bam so pssst oh man Leute so hier stehen zwei Türme nix da so weg damit hey das ist aber unfair Kollege das ist aber das ist aber unfair jetzt das ist aber unfair so äh verdammt ein Turm ist weg ok ein Turm ist weg so aber nicht schlimm so dann bam bam genau und tschüss Mammut weitere Mammut bam das ist schon heftig was hier angefahren kommt ja jetzt hört doch mal auf immer auf diese scheiß Energie hier zu schießen Mann äh meine Güte äh übelst nervig wartet mal ihr könnt doch hier unten sammeln ihr müsst doch nicht weit weg fahren so die Kohli ist nämlich auch fast weg ne so ding ding genau und dann würde ich ganz gerne noch diesen Tempel bauen ich frage mich nur wohin das ist doch so scheiße hier eh ja gut kein Platz hier was machst du denn fahr doch da unten rein genau wunderbar hallo du sollst hier unten reinfahren und du fährst bitte auch hier unten sammeln Mann so da haben wir alles repariert 150 auch eben meine Frösse so so Leute da müsste ich eigentlich die Türme hier hinten hier vorne hinstellen ne äh ja es ist so ich muss die Türme da vorne hinstellen was ein Scheiß was ein Scheiß aber gut dann machen wir das halt so dann machen wir das halt alles klar da macht immer noch mal bitte das Radar hier platt in der Zwischenzeit und dann haben wir uns hier aufgebaut tatsächlich und so macht das platt da versucht er wieder mit dem Panzer angeschissen zu kommen aber das bringt dem nix so ja obwohl der Panzer der könnte alle platt fahren der wird heute alle platt fahren ja nein fahr doch nicht alle platt man nicht alle platt haha oh jetzt kommt er aber jetzt kommt er aber oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott jetzt kommt er aber der ist sauer geworden ey der ist richtig sauer geworden ja kann ich verstehen also ich wäre auch angepisst wenn einer mir meine ganze Gebäude wegnehmen würde oh man boah dieses Hounds ey so dann eigentlich noch wirklich noch den Tempel von hat aber wohin ich könnte ihn hier hin bauen und das Silo verkaufen ja ist gar kein Problem selbstverständlich genau gut liebe Leute dann würde ich mal sagen speichere ich das Ding und wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mich doch mal gerne mal ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und lasst die Glocke läuten und ja wie es hier weiter geht es lieber dann das nächste Mal und ja dann würde ich sagen wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschüss tschüss und ja